Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Endlich mal wieder. Ja, für euch müsste es ja jetzt auch schon so vier, fünf Tage her sein. Ich hatte einfach keine Zeit, ein paar neue Folgen aufzunehmen. Ich habe jetzt auch schon echt seit über drei Wochen oder so nicht mehr weitergespielt. Ich hatte erstmal ein bisschen wenig Zeit, weil ich Zwischenprüfungen hatte und dann hatte ich noch ein paar andere Dark Souls Sachen aufgenommen. Also die Dinger mit dem, wo ich die Bosse auf den Level 1 versuche zu plätten. Und ja, das hat alles ein bisschen viel Zeit und Anspruch genommen. Aber jetzt will ich hier mal wieder ein bisschen mehr weiterzocken. Ähm, ja, wir sind ja immer noch dabei, diesen Boster zu besiegen, diesen Ritter. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt endlich mal. In der letzten Folge haben wir den ja schon mal kennengelernt. Lass mich bloß in Ruhe. In der letzten Folge haben wir ihn ja schon mal ein bisschen kennengelernt. Der hat mich hier ganz schön weggenutzt. Und ja, meine Taktik ist, wie bisher, immer noch so ausweichen und zwischendurch mal angreifen. Ähm, ich konnte jetzt nicht wirklich üben oder so. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder am Anfang voll failen und so. Aber ich weiß, dass ich letztes Mal noch aufgehört hatte, äh, noch aufgehört hatte und nochmal ein bisschen die Waffen getestet hatte. Und ich glaube, dass die Kristallhellebade war eigentlich am besten für ihn. Also hat er am meisten Damage gemacht. Den Schild brauche ich nicht. Vielleicht können wir ja auch mal was anderes tragen hier. Was haben wir denn hier? Okay, die Wächter ist eindeutig zu schwer. Na ja, mach ich das. Kommt auch kacke. Schmutzige Robe. Schmutzige Kapuze. Was passt denn, was gehörten dazu? Mach schmutzige Handschuhe. Und ich glaube, der Blut befleckt auch. Das passt aber gar nicht zu der Waffe. Egal, diese Rolle machen wir das mal so. Und ja, ich konnte jetzt nicht wirklich üben oder so. Ich hatte ja schon ein paar Mal gegen ihn gekämpft mit euch. Und da lief das ja nicht so optimal. Ich hoffe, ich kriege das jetzt ein bisschen besser hin. Ich habe mich auch nicht spoilern lassen oder so. Da habe ich auch nicht selber noch irgendwie ein Game gestartet. Ich habe ihn bisher immer noch nicht bekämpft. Also noch nicht besiegt oder so. Ich muss da mal gucken. Ich weiß nur ungefähr die Angriffe. Mal gucken, wie gut ich das hinbekomme jetzt noch. Das ist ja jetzt auch schon drei Wochen her. Ich weiß nur, dass ich viel ausweichen muss. Nehmen wir mal einen schweren Angriff. Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Scheiße. Okay, 100 Damage. Das ist ja ein bisschen wenig, ne? Ich kann ja mal gucken. Vielleicht kohlenartiges Harz. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Davon haben wir ja was. Hm, probieren wir nochmal. Und laufe ich hier gerade richtig? Ja, da ist dieser Pilz. Ah, ich habe jetzt auch keinen Bock, dir dann zu schnacken. Ja, ich muss da eindeutig besser ausweichen. Vielleicht wäre doch eine andere Rüstung besser. Kann ich Helm der Gunst und so weiter? Kann ich eine Gunst-Scheiß tragen? Kann ich mich aber scheiße bewegen. Das trage ich schon, das habe ich auch schon. Immer noch zu schwer. Immer noch zu schwer. Oh, oh. Das wäre jetzt scheiße. Ey, was ist da los? Ich habe diesen Mod immer noch nicht drin, weil bei mir funktioniert das. Also ich kann mit dem Mod spielen, aber nicht gleichzeitig aufnehmen. Dann fängt das bei mir immer so doll zu haken, weil es gibt ja so einen Mod, der sorgt dafür, dass man eine bessere Grafik hat und so weiter. Und dass man mit 60 Frames aufnehmen kann und so. Aber das klappt bei mir einfach nicht. Aber ich habe das eben schon wieder getestet, war auch schon wieder voll angezackt, weil das alles nicht geklappt hat. Und jetzt habe ich es wieder auf die alte Einstellung gemacht. Naja. Mich kotzt das hier, Dark Souls auf PC sowieso voll an. Ich bin froh, wenn das auf PS3 draußen ist. Aber das heißt, dass eben manche die Zucken der Kamera und so, das mache ich gar nicht. Das schon wieder. Ich weiß nicht, warum das passiert. Ich ziehe die Maus rein. Ey, du. Das ist echt so belastend. Nur so? Ah, gucken wir mal. Versuchen wir es mal. 131, das ist ja schon mal etwas. Oh Gott, ey. 98, warum so wenig? Boah, so viel habe ich ja noch nie abgezogen. Und nochmal. Batsch. Alter, lass mich doch mal eine Sekunde in Ruhe hier. Damit ich mich mal heilen kann. Nein, zu früh gesprungen. Jetzt habe ich Angst. Ja, klar, ey. Lass mich doch mal eine Sekunde in Ruhe, ey. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ich sehe nichts. Oh, was heißt das? Nein, ich muss näher ran. Boah. Du machst mich irre, du Monster. Der Angriff ist gut. Nein. Wenn ich da treffen würde. Oh, nö. Zu früh. Fick dich. Fick dich. Fick dich doch. Ja. Wichser. Das geht ja gar nicht. Okay, wie sieht es eigentlich mit der Hellenbade aus? 15 von 20. Scheiße. Äh. Äh. Händer. Irgendwie so. Immer noch sehr schön. Dann habe ich wenigstens eine höhere Ausdauerregeneration. Das ist ja auch schon mal praktisch. Aber das wäre eben, das lief hier schon mal nicht schlecht. Noch ein bisschen, noch ein bisschen besser sein, dann geht das. Aber immer der scheiß Weg, da werden das natürlich immer voll belasten. Aber ich will den unbedingt bald schaffen. Und tschüss. 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 Oh, das läuft ja optimal hier. Oh Mann, mach es doch dreimal. Okay, okay, okay. Mach irgendwas. Was ist los mit dir? Fuck, das war nicht schlau von mir. Das auch nicht. Nein, ey, ist man einmal da draußen? Ich weiß nicht, was das bringt, wenn er das macht, ey. Ich bin extrem angespannt. Yeah, 110. 98, das ist viel zu wenig. Was spuckt da da mal hin? Genau im richtigen Moment hast du das gemacht. Fick dich. Fick dich. Alter. man macht ja mal diesen angriff diesem sprung angriff nicht in den anderen den genau was den habe ich doch sonst immer so geil ausgleichen können er hat mir jetzt die hälfte dieser bastard diese scheiße es geht mir so auf den sack ich bin so froh wenn das spiel auf ps3 draußen ist pc kannst du es echt knicken na super ich war so gut denn auf einmal nicht mehr die graue brauche ich überlegt gerade vielleicht werde ich vielleicht werde ich die kristall helle bademal aufleveln aber ja das ist ja jetzt zu b nein jetzt nicht wieder hoch zu den anderen auch noch so kann das ja nicht weitergehen aber ich habe gar keine sehen dafür sehen ein bisschen sehen habe ich ja noch und sehns sehe glaube ich auch noch was die bringt habe ich keine ahnung benutzen könnte ich benutzen ob das so sinnvoll ist zu benutzen aber ich habe doch keine ahnung okay noch einmal komplett er berühre mich nicht an ja das war nicht so genial fängt ja schon so wie an hier toll und jetzt lass mich bitte heilen schon einmal schaden zugefügt geil ich spring zu früh fuck ha wichser komm doch her ich habe keine angst vor dir wo hast du für moves jetzt und weiter und weiter scheiße nur noch vier flask wenn ich diese überhaupt alle benötige was fuck da denn mal hin ey nimm das und das und das ich hätte sich machen sollen ich war so gut im flow aber da ging mir auf den sack weil ich nichts mehr gefunden habe war nicht mehr angreifen kann jetzt noch mal mann wir können ihn auch mal mit wurfmessern bewerfen scheiße zwei flasken viel zu wenig nur 20 werden nice was hat er jetzt wo und fix jetzt haben wir schon mal die hälfte super vielleicht müssen wir vielleicht habe ich auch mal zeit menschlichkeit zu nehmen komm her komm her komm her mann bin ich angespannt ich will euch gar nicht erzählen was passiert ist ich habe ich wollte ausweichen und klar ich spiele controller ich muss dafür preis drücken und manchmal bin ich so dass ich die immer die knöpfe nur leicht antipp oder so und ich habe den klub zu leicht angetippt so dass ich mich richtig runter gedrückt habe und deswegen bin ich nicht gesprungen macht mich das irre aber ich habe ihn ja eigentlich schon fast so schon dreifel abgezogen hat was ich hätte ich 20 flasken start 20 flasken und vielleicht noch die kristall helle bademann ein bisschen besser machen wir werden in der nächsten folge wenn wir uns mal schnell 20 flasken ist wahrscheinlich gleich und wir werden die kristall helle bademann ein zwei stufen höher machen mal gucken also leute das war ich wieder nicht das macht einfach von alleine sich umdrehen dieser huren spiel bis zur nächsten folge haut rein